Auf dem Endstation Nummer 5, aber heute privat, weil ich ja noch nicht genug von Weihnachtsmärkten habe, sind wir heute mit ganz lieben Freunden hier in Glashütter. Glashütter Weihnachtsmarkt. Da gibt es jetzt eine Blasmusikparade, wenn man es nicht anhört, aber ich bin doch gerade erst angekommen. Aber was man hier so sieht, die Atmosphäre ist total schön, Pferdchen sind da. Wir machen nachher mal eine ganz große Runde und dann zeige ich euch noch mehr vom Weihnachtsmarkt, damit ihr vielleicht im nächsten Jahr auch mal ein bisschen Filial machen. Ich bin gespannt, wir laufen mal los. Sehr cool. Ein bisschen mehr, aber es ist minimal. Ja, das war's, das war's. Was darf auf dem Weihnachtsmarkt nicht fehlen? Richte euch einen Kinderpunsch. Prost! Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause, im Weihnachtsmarkt Glashütte und Fazit, top! Ein wunderbarer Weihnachtsmarkt, ganz viel zu sehen, ganz tolle Atmosphäre und macht euch auf den Weg, wenn nicht dieses Jahr, dann auf jeden Fall im nächsten Jahr. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf einem anderen Weihnachtsmarkt. Bis dann!